Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade in Papenburg und ich zeige euch mal ein bisschen, wie das hier so aussieht. Viel Spaß! Hier ist das Rathaus. Hier auf diesem Schiff Friederike, da ist die Touristeninformation drauf. Hier ist das Rathaus. Ich muss jetzt hier mal abbrechen. Das heißt, ich kann noch die Kirche zeigen. Aber da kommen jetzt überall so viele Leute und die darf ich ja nicht mit drauf filmen. Ja, dann habt ihr einen kurzen Eindruck, wie das hier so aussieht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eure Luna. Tschüss!